Was geht ab, Leute? Mein Name ist Oli Balboa, Oli Banyo und ihr schaut Fanpost auf Backspin TV. Fanpost, los geht's. Geschrieben hat Arnim Halim Ametowitsch. Peace an alle Jugos. Cooles Volk. Warum rappst du? Warum rappe ich? Weil ich viel zu sagen habe, gerne laber, Musik mag und ich schon immer mal in irgendwas der Beste sein wollte. Sushi G, wer ist dein Traumfeature bzw. mit wem würde er aus Deutschland, Ausland, achso, Deutschland oder Ausland noch zusammenarbeiten? Mein Traumfeature im Moment wäre Ali Gowling, das ist eine Hammer-Sängerin aus England, die finde ich killer. Ansonsten würde ich gerne einen Track mit Jason Stadis machen, die feiere ich. Ja, Helene Fischer wäre noch geil. Oder Lena Meier-Landrut. Andreas Himmelseher, oh, das ist ein geiler Name. Sind die Beats auf Dynamit jetzt komplett von ihm produziert? Falls nicht, wer hat mitgewirkt? Die Beats sind alle bis auf einen von mir tatsächlich produziert. Ein Beat hat, haben die wundervollen und großartigen Crowds gemacht, die ich auch ganz lieb grüße. Großartige Produzenten. Jeksch Valentin fragt, was haben die Beats für einen Style? Sie sind auf jeden Fall recht elektronisch, würde ich sagen, das ist so mein persönlicher Geschmack im Moment. Die Melodien sind, ja, ich habe so eine eigene Art von Melodien. Es ist schwer zu beschreiben, schwer in Worte zu fassen. Einfach mal reinhören, würde ich sagen. Tore Hasenjäger, ob er Savas oder Sammy krasser findet und ob er sich für noch besser als die beiden hält. Also ich sage mal so, wer sich selbst lobt, irgendwie, keine Ahnung, ich halte mich da an Sidin Zidane, der dann lieber die Antwort auf den Platz gibt. Obwohl, manchmal gebe ich auch ein bisschen an, wenn ich ehrlich bin. Aber ich finde mich schon cool als Rapper, ich gefallen mir, wie sich das anhört, Mann. Um Gottes Willen, ich rede mich wieder um Kopf und Kragen. Aber auf jeden Fall finde ich Savas krasser als Sammy. Sebastian Kovac. Welche Kompressor-Plug-Ins verwendet er in Logic für seine Stimme? Ja, ich benutze witzigerweise gerne Kompressor aus dem Guitar-Rig von Native Instruments. Ich mache voll die Werbung hier, aber wenn er mich schon fragt. Ich kriege geilerweise alles umsonst von denen. Aber das Guitar-Rig ist wirklich saugeil. Guitar-Rig, müsst ihr mal checken, die ganzen Effekte. Und die haben super Kompressoren und die benutze ich nicht nur für Stimme, sondern auch für Gitarre, für Drums, für alles. Welches sind in deinen Augen die Top 5 Rapper in Deutschland? Boah, das ist gar nicht so einfach. Ich würde sagen Savas, Morlock Dilemma auf jeden Fall. Peter Fox ist für mich auch sowas wie ein Rapper, obwohl er jetzt nicht der klassische Rapper ist. Keine Ahnung. Kollegah ist auch ein stabiler Rapper auf jeden Fall. Ich nenne mich ja selbst nicht, ne? Ich würde mich sonst auch irgendwo nennen da, ne? Auf eins und dann erstmal eine lange Zeit nichts. Auf eins und dann erstmal eine lange Zeit nichts, das hast du jetzt gesagt. Aber du weißt ja, wie die Rapper sind und was sie immer so von sich selbst denken. Wer ist noch ein krasser deutscher Rapper? Lass mich kurz nachdenken. Ich finde die Texte von Materia auch super krass. Kasper ist aber auch ein geiler Rapper. Es gibt sau viele gute Rapper. So eine Frage ist eigentlich echt schwierig zu beantworten. Wann gibt es eine Reunion der deutschen Reimaxe? Geil. Pizzen Bad Pictures fragt das. Das, glaube ich, wird nie passieren, mein Freund. Einige haben aufgehört zu rappen, einige rappen noch. Ich rappe auch noch, aber für alle, die es verpasst haben, geht auf YouTube. Zieht euch den Clip rein. Ich war 15 Jahre alt und habe richtig geil gerappt. Zieht euch rein. Ken Zenit weiß Banksy, dass du seine Motive verwendest. Ja klar, ich habe ihn letztens getroffen, er ist wieder im Rewe. Meinte ich, Banksy, wie sieht es aus, Alter? Kann ich das eine Ding von dir benutzen? Dafür schreibe ich dir auch ein paar Texte demnächst. Und er meinte, geht klar, Alter. Nico Westermann, was für Musik hörst du dir privat an? Beziehungsweise, welche Sachen inspirieren dich? Im Auto haben wir jetzt wieder, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, viel Jason Stardis gehört, Ellie Goulding, viele englische Sachen, so britische Sachen, da bin ich im Moment so sehr drauf hängen geblieben. Wir haben aber auch Oldschool-Deutschen Hip-Hop eben gehört, SD haben wir eben gehört im Auto oder Patrick mit Absicht. Was hören wir denn noch, was hören wir denn noch, was hören wir denn noch, was hören wir denn noch? Queens of the Stone Age. Ja, so Dinge halt auch. Was haben wir noch gehört? Ah, Black Milk haben wir eben noch gehört. Tronic, auch ein fettes, geiles, richtig gutes Album. Chris Raphael, hast du deinen Part bei 301180 mit einem Toaster aufgenommen? Ja, Mann! Du hast es endlich gerafft, mein Freund! Aber es sind so diese extra langen Toaster, also wo du das ganze Brot reinmachst. Das habe ich mir so als Effekt, so fürs Mikro geballert, habe dann reingerappt und habe diesen geilen Effekt damit erzielt. Gut, du bist ein guter Mann. Steffen Bartsch, kannst du Banjo spielen? Also ich kann Gitarre spielen, also gehe ich davon an, dass ich auf ein Banjo auch irgendwo zurechtkomme, aber ich bin glaube ich nicht weltweit der beste Banjo-Spieler. Ilhami Durmus, den Namen musst du mir auch mal erklären. Wo kommst du her, mein Freund? Ilhami Durmus. Banksy Fake, das ist auch ganz schön gut beobachtet von dir, mein Freund. Top, weiter so. Björn Freezer Windjam, den kenne ich so gar nicht, Björn. Wann kommt er endlich mit zum Nordwestgipfel Freezers gegen Kölner Haie? Ich komme gern mit, wobei ich da im Kölner Block stehen werde, mein Freund. Wir sind ja knapp gescheitert gegen Ingolstadt, dieses Jahr glaube ich. Hamburg auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber es waren krasse Spiele gegen Hamburg. Ja, ich habe ja früher auch Eishockey gespielt und deswegen liegt mir dieser Sport sehr am Herzen. Emre Gezer. Deine Meinung zum Beef zwischen Kolle und Savas? Ja, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Was geht denn da ab? Könnt ihr mir da was sagen drüber? Ich weiß ja nichts. Gibt es da Beef, gibt es da Battle? Was geht ab? Andreas Sonntag. Wird es nochmal Oli Banjo und Jonesmann geben? Uns gibt es doch noch. Ja, ich habe leider im Moment überhaupt keinen Kontakt zu Jonesmann. Ich wünsche ihm aber alles Gute und hoffe, dass er bald wieder Musik macht, weil ich ihn für einen sautalentierten Künstler halte. Der übrigens Haftbefehl mitentdeckt hat, wissen die wenigsten. Ja, das war Fanpost. Ich habe das alles beantwortet. Ich fand das sehr, sehr witzig. Ja, ihr könnt mir auch gerne schreiben auf meiner Facebook-Seite. Folgt mir, gefällt mir, gefällt dir. Ansonsten abonniert meinen YouTube-Blog. Das habe ich jetzt gelernt, dass ich das jedes Mal sagen soll. Und abonniert natürlich BackspinTV. Ganz normal. Peace out, Oli Banjo. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.